Neulich Oui Madame, non monsieur, oh pardon monsieur, machen Sie sich bitte keine Illusion monsieur. Oui Madame, sagen Sie Madame, gehen wir noch ein bisschen bummelt auf der Rue madame. Non monsieur, oh pardon monsieur, Sie sind sehr charmant, doch nur adieu. Aber einmal trafen Sie sich wieder und da lachte Sie ihm zu und ein Rendezvous sagte Sie ihm zu und ich hörte, oh wie nett an diesen Tage dies Duett. Oui Madame, vis-à-vis Madame und ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Oui monsieur, kommen Sie monsieur, heute Nachmittag zu mir zum Tee. So muss das wohl immer sein, erst sagt jede Frau, oh nein, aber schon beim zweiten Mal wird dieses Nein verteilt. Drum ist's immer wieder schön, zwei Verliebten so zu sehen, wo das Herz in Liebe brennt, gibt stets ein Happy End. Oui Madame, vis-à-vis Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Oui Madame, sagen Sie Madame, gehen wir noch ein bisschen bummelt auf der Rue madame. Oui Madame, vis-à-vis Madame, wohnt ein junger Mann, der ist verliebt in Sie, Madame. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oui Madame.